Hallo Leute und herzlich willkommen bei Renas Live, heute zum dritten Let's Play von Lego Batman 2. Wir sind jetzt am letzten Spielstand. So, nochmal die Lage checken hier. Okay. Was geht, würde ich sagen. Bam. Bam. Yeah. Na klar sind wir Batman. Wen sollen wir sonst sein? Juhu. So, wir sammeln hier noch gerade die Lego-Steinchen ein. Bis wir hoffentlich noch erfahren, wo wir hier lang müssen. Aha, da ist noch so ein Klepp. Aha. Bam. Kaputt gemacht. So. Wir sammeln hier noch die paar Steine ein. Aha, da ist auch noch so einer. Boom, boom. Yay. Komm Robin. Folge mir. Ich weiß zwar noch nicht, wohin. Wir müssen irgendwie da hoch, nehme ich an. Aber wir werden gerade mal noch die Lage checken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Nein, scheint nicht so. Ich weiß michめて halt dieses Mal. Nee. Okay. Nee! 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 Okay, Leute. Ja, ich würde mal sagen, das ist eine sehr gute Frage, aber gut gehen. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätte es damit noch etwas zu tun, aber ich weiß nicht was. Aha. Naja, gut, dann zerstören wir das halt mal, weil es keine große Bedeutung hat. So, und jetzt kann ich ja bestimmt wieder was Schönes bauen. Aha. Robbing-Anzugssignal, um einen anderen Anzug mit neuen Fähigkeiten zu wechseln. Okay. So, dann spielen wir doch mal Robin. Akrobatik, ja, nee, ist klar. So, wir schlachten euch jetzt mal ab, Leute. Nein, doch nicht. Ihr schlachtet uns ab. Okay. Okay. Gut. Ähm. Ah, ja. Doppelsprünge ausführen, drücken Sie J. Aha. Sehr cool. Okay, Leute. So, wir machen euch fertig. So, wir machen euch fertig. So. Okay. A drücken und zielen. Bäm. Nee, doch nicht. Okay. Äh, ich hatte gehofft, es würde anders funktionieren. Bäm. Okay. So. Ups. Ähm, ja, shit. Äh, wir sind da mal kurz, äh, K.O. gewesen. Äh, ja. Aber irgendwie zeigt es mir wohl an, ich muss dahin zielen. Zumindest finde ich gerade... Äh, wieso ist es denn jetzt gewechselt, sag mal. Nee. In den Anzug will ich nicht. Ich will in den. Sonst komme ich nicht weit. Nee. 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 Wieso komme ich jetzt denn nicht mehr hoch, sag mal. Muss ich das jetzt verstehen? Oder musste ich runter meinen normalen Anzug anziehen? Sagt mal, versteht ihr das? Ich hab den gar nicht dahin gelenkt. So. Okay, wir zählen mal. Nee, geht auch nicht. Okay. Äh, verstehe ich jetzt gerade nicht. Oder ist hier irgendwas? Ach nee, du kannst hier nur deinen Spielstand speichern. Ja, natürlich fortfahren. Hä? Hä? Wie komme ich da denn jetzt nicht mehr hoch? So, endlich wieder geschafft hochzukommen. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Und zwar, ob man den Deppen da oben irgendwie abschießen kann. Oder ob man woanders hinstehen muss. Ja, ist ja okay. Ach nee. Geh es mir auf den Sack, Robin. Warum fällst du denn da immer runter? So, jetzt hab ich auch immer wenigstens rausgefunden, wie das hier nochmal funktioniert. So, gleich in der Luft getroffen, du Arsch. Du Faze, du bist ein Arschloch. So, wir haben ihn wenigstens auch einmal getroffen. Und jetzt treffen wir uns. Ist der jetzt irgendwie? Nein, ist er nicht. Ah, komm schon. Robin. Warum haben wir ihn denn eben getroffen? Ich hab eigentlich gar nichts anders gemacht, als jetzt auch. So. Scheiße, wir sind mal wieder K.O. Two Faze auch. Anscheinend müssen wir irgendwie hoch. Ach, Mann, Robin. Stell dich nicht so an. Komm schon. Geht von hier aus nicht. Ach, Arschloch. Komm schon, Robin. Na komm schon. Kann man irgendwie so weit hoch springen, dass man ihn irgendwie anhockt? Nee. Okay. Shit. Shit. Ich check's leider gerade nicht. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Soll ich den folgen? Nein. Geht nicht. Muss ich Batman wechseln? Muss den hier hochholen? I'm sorry. Aber ich hab echt gerade null Plan. Wie ich den hier bitte ruinieren soll. Ah, da oben sind noch so Dinger. Aber wie komm ich da dran? Nee. Schon wieder K.O. Den kann ich nicht anziehen. Der ist für Batman. Das ist so dumm. Hm. Ah, okay. Da kann ich's nicht hinschießen. Okay. Wo kann ich's denn sonst hinschießen? Hm. Weil anscheinend muss ich ja... Hm. Okay. Also ich muss ihn anscheinend abschießen. Oder nicht? Hm. 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 Ich komme nicht weiter. Ich hab keine Ahnung. Ah, doch da. Okay. Aha. Okay. Komm schon. Batman. So. Wir sind dann wieder im Tarnanzug von Batman. Und er hier muss dann wohl irgendwie... Mit dem muss ich doch dann weiter können, oder nicht? Sag mal, was geht denn? Na komm. Geht das etwa nicht? Auch da nicht rein? Ich dachte, du könntest dann... Ich dachte, du könntest dann... Ah. Okay. Ah. Und springen. Na. Na komm. Dann springt doch auch, statt dass ihr euch jetzt andauernd hier... Ah. Na komm, dann lauf. Was kann ich denn dann sonst machen, wenn ich da nichts mit abschießen kann? Verstehe ich leider nicht. Ich kann da nicht mit rein. Batman hat ja jetzt seinen Tarnumhang an. Aber von was soll man sich tarnen? Aha. Ich wollte gerade schon sagen... Vor was soll ich mich bitte tarnen, wenn es eh nirgends geht? Ah, ja. Okay. Aha, wir bauen uns jetzt was cooles, okay. Wo, um auf einen anderen Charakter zu wechseln, okay. Okay. Ähm. Drücken Sie jetzt um herauszuspringen, okay. Aber, nee. So. Nein, bleib halt drin! Bestimmte Objekte beeinflussen, indem sie rollen, drücken Sie J, um herauszuspringen. Okay, ich roll jetzt einfach mal. Das heißt, das Ganze... So, wir besiegen ihn, los! Okay, das heißt, wir können jetzt hoch. Der berühmt-berüchtigte Joker. Okay. Das heißt, ab geht's hoch. Schön noch Steinchen einsammeln. So. Ich wusste ganz genau, dass da noch irgendwas Böses auf uns wartet, aber... Aha! Joker! Kannst du den über den Typen im Fledermaus-Kostüm? Der haut echt rein. Ups. Ich würde sagen, wir haben dann gleich Späten anruiniert. Okay, hier scheint noch so ein Clown zu sein. Okay, hier ist noch ein Leben. Mit einem das zu spielen ist gerade richtig schwer, weil wir jedes Mal den anderen von Joker befreien müssen. Okay. Okay. Was ist das denn bitte für ein Bullshit? Ja, komm schon. Ach, komm. Joker hat noch ein Herzchen. Werden wir es schaffen, Joker da oben runterzustoßen? Ja, ne? Ja. Okay. 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 So, wir machen jetzt ein. Wir machen jetzt einfach mal alles kaputt hier. So. Können wir da irgendwas machen? Aha. Robin, na los! Mann, Robin, wenn du mir nicht ständig in den Füßen stehen würdest, dann würde ich dich auch nicht versehentlich K.O. schlagen. So. Aber irgendwas hat es noch hier mit auf sich. Das merke ich irgendwie ganz genau. So. 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 Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht so recht. Wir sind jetzt einfach mal so frei und speichern schon mal das Spiel ab. Einfach nur schon mal, um sicher zu gehen. So, vielleicht kriegen wir ja den lieben Joker da oben noch von seinen Plätzchen runter. Ja genau, ich glaube wir müssen das Teil da ausschalten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir Robin brauchen. Na, vielleicht schaffen wir es ja von der Seite. Können wir das Teil vielleicht... Aha! Können wir. Aha. Eins von drei haben wir. Okay. Wir schauen mal. Ah ja, klar. Zwei. Und drei. Jetzt können wir auch garantiert... Aha. Aha. Okay. Das kann dann, glaube ich, wiederum nur Batman. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Schoko ist erledigt. So. Oh. Entschuldige, Robin. Ups. Da unten ist Joker. 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 Aha. 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 Ich glaube, das ist eher ein Teil von Robin. Aha. well. Okay. Z quad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017